Für mehr Lebensqualität der Villegas an euren Markter-Vorneigentum. Mein Name ist Markus Gerbert. Alleine die Sicht auf die Jungfrau ist schon Lebensqualität. Nicht auf ein Auto angewiesen sein. Ist euch das wichtig? Ihr könnt direkt im Oberland-Shopping einkaufen und das nur 22 Meter vom Haus entfernt. Die Ausrichtung des Hauses ist genau gegen Süd und somit habt ihr eine optimale Besöhnung. Was ist die Besonderheit dieser Praline? Es ist einzigartig. Und genau das ist auch die Wohnung. Die beiden Badzimmer haben alleine eine Grösse von 17,5 Quadratmetern. Und die Galerie mit über 80 Quadratmetern, die ihr absolut ausleben könnt. Abstellraum, Einbauchef, grossen Balkon, wartet auf euch. Ihr habt Fragen oder Wünsche der Besichtigung. Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerbert. Wie bleibt mein Name? Ich habe eine große Herausforderung. Na ja zur Verfügung. Wie bleibt mein Name? Untertitelung des ZDF, 2020